Der 2. Mai ist der 122. Tag des Gregorienischen Kalenders, somit verbleiben 243 Tage bis zum Jahresende. Ereignisse, Politik und Weltgeschehen 1335 Der Habsburger Otto der Fröhliche erhält von Kaiser Ludwig den Bayern Kärnten und den südlichen Teil Tirols als Lehen. 1368 Im 2. Hanse-Dänemark-Krieg erobert eine Flotte der Hanse mit 2000 Kriegern Kopenhagen und zerstört die Stadt. 1568 Maria Stuart, die im Jahr zuvor unter Druck als Königin von Schottland abgedankt hat, gelingt die Flucht aus ihrer Gefangenschaft in Loch Levenkassel. 1598 Nachdem der französische König Heinrich IV. zum Katholizismus konvertiert ist, schließen Frankreich und Spanien den Frieden von Verwins und beenden damit die Beteiligung Philipps II. Am 8. Hugenottenkrieg 1668 Mit dem 1. Aachener Frieden endet der Devolutionskrieg zwischen Frankreich und Spanien. Spanien muss einen Teil der spanischen Niederlande an Ludwig XIV. abtreten. Dieser zieht sich jedoch aus dem größten Teil der eroberten Gebiete zurück. 1808 Während der Napoleonischen Kriege auf der eberischen Halbinsel erheben sich die Bürger von Madrid gegen die französische Besatzungsmacht. Obwohl der Aufstand noch am gleichen Tag blutig niedergeschlagen wird, ist er der Auslöser für weitere Erhebungen im ganzen Land. 1813 Bei Großgirchen kommt es zur ersten Schlacht der Freiheitskriege zwischen den alliierten preußischen und russischen Armeen gegen die französischen Truppen und Rheinbund-Truppen. Napoleon Bonaparte besiegt die Generäle Gebhardt-Leberecht von Blücher und Ludwig Adolf-Peter Graf Wittgenstein. 1863 Am zweiten Tag der Schlacht bei Chanchelorsville im Sezessionskrieg wird General Robert Edward Leesfester untergebener. Der konfederierte Generalleutnant Stonewall Jackson durch Eigenbeschuss so schwer verwundet, dass er am 10. Mai seinen Verletzungen erliegt. 1866 Im Spanisch-Südamerikanischen Krieg entschließt sich Spanien zur Beschießung der seit dem 14. April 1864 blockierten peruanischen Hafenstadt Calao. Die gut befestigte Stadt wehrt den Angriff jedoch erfolgreich ab. 1876 In Bulgarien beginnt der Aprilaufstand. Nach dem damals gültigen julianischen Kalender ist es der 20. April gegen die osmanische Herrschaft. 1879 In Spanien wird die politische Partei Partido Socialista del Trabajo gegründet. Aus der Durchumbenennung im Jahr 1888 die Sozialistische Arbeiterpartei Spaniens werden wird. 1885 Cree und Assini-Bäune-Indianer besiegen kanadische Regierungsstruppen während der Nordwest-Rebellion in der Schlacht am Katnaif. Die völlige Vernichtung der Einheiten unter Kolonne William Otter verhindert Häuptling P.I.T.T. Tegwahana Pivillin. 1889 Mit dem Vertrag von Uxchelay anerkennt der äthiopische Negus Menelik II die italienischen Ansprüche im italienischen Ostafrika. Italien beginnt in der Folge mit Eroberungen in Somaliland und Eritre. 1929 In München endet die zweite Revolutionsphase nach dem Ersten Weltkrieg mit der gewaltsamen Niederschlagung der Münchner Räterepublik durch Einheiten, der Reichswehr und Freikorps. Bayern wird in der Folge zur rechtsextremen Ordnungszelle Deutschlands 1921, als Folge des Plebiszits vom 20. März, bei dem sich die Mehrheit der Bevölkerung Oberschlesiens für den Verbleib bei Deutschland ausgesprochen hat, beginnt unter der Führung von Graf Maciej Emil Czynski der dritte oberschlesische Aufstand. 1933 Die Nazis verbieten nach der Machtergreifung die deutschen Gewerkschaften. Das Gewerkschaftsvermögen übernimmt die deutsche Arbeitsfront. 1934 Im Nationalsozialistischen Deutschen Reich tritt das Gesetz zur Änderung von Vorschriften des Strafrechts und des Strafverfahrens, das unter anderem die Bestimmungen zu Hoch- und Landesverrat verschärft und zur Aburteilung einen Volksgerichtshof schafft in Kraft. 1935 Frankreich und die Sowjetunion unterzeichnen einen Beistandsvertrag, der beiden Ländern Schutz vor einem deutschen Angriff bieten soll. 1936 Drei Jahre nach der Zerschlagung der Gewerkschaften legen die Nazis symbolisch den Grundstein für das von der Organisation Kraft durch Freude zu errichtende Seebad Rügen. Prora Der eigentliche Baubeginn ist ein halbes Jahr später. 1945 Karl Dönitz fungiert nach dem Tod Adolf Hitlers als deutscher Reichspräsident in Schleswig-Holstein und übernimmt als Regierung Dönitz. Machtbefugnisse Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosig beauftragt er eine geschäftsführende Reichsregierung zu bilden. Das Kabinett Schwerin von Krosig 1945 In der Wiederbewaffnungsdiskussion, die Politik der Abrüstung und Entmilitarisierung in Westdeutschland zu beenden. US-Präsident Harry S. Truman verhält sich dazu in der Folge abwartend. 1953 Im Irak erreicht Fessel II die Volljährigkeit und wird damit formal Alleinherrscher ist jedoch weiterhin von seinem Onkel Abdu El-Ila abhängig. 1953 In Jordanien besteigt der 17-jährige Hosseini den Thron, nachdem er bereits am 11. August des Vorjahres wegen einer Nervenkrankheit seines Vaters Talal als König proklamiert worden ist. 1974 Die Ständigen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik werden in Bonn und Ost-Berlin eröffnet. Günther Gauss wird erster Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der DDR. 1980 Extremistische Araber attackieren mit Granaten eine Gruppe von Juden in Hebron, die gerade vom Freitagsgebet heimkehren. Dabei sterben sechs von ihnen, 16 weitere werden verletzt. 1982 1982 1989 Ungarn öffnet seine Westgrenze und beginnt den Abriss der Grenzbefestigungen zu Österreich. Damit beginnt der Fall des Eisernen Vorhangs. 1991 Serbische Freischaler umzingeln im Kroatienkrieg Vukowa. Die Schlacht um die Stadt dauert bis zum 18. November 1995. 1995 In Präsidentschaftswahlen in Panama wird Miriam Moskoso von der Partido Arnulfista gegen Martin Torrijos als erste Frau zur Präsidentin des Landes gewählt. 2011 Der bisherige Standort des Münchner Stadtmarktes am Schrannenplatz, dem heutigen Marienplatz, als Handelsort für Getreide und andere Agrarerzeugnisse zu klein geworden ist, verfügte König Max I. Josef einen Teil des Marktes in das Gebiet zwischen Heiliggeistkirche und Frauenstraße zu verlegen. Der Viktualienmarkt entwickelt sich zu einem der berühmtesten Märkte der Welt. 1843 Die ersten deutschen Einwanderer treffen im chilenischen Hafen Puerto Hambre ein. Sie siedeln sich hauptsächlich um den Lago Lanquehue an. 1843 Einweihung der Eisenbahnverbindung Paris-Orleans 1896 Anlässlich der 1000-Jahr-Feier der Gründung Ungarns wird in Budapest die Millenniums-U-Bahn eröffnet. Die älteste U-Bahn in Kontinental-Europa 1918 Der Autohersteller Chevrolet Motor Company wird von General Motors gekauft. 1924 Die nordische Rundfunk AG Der spätere NDR nimmt mit 4 Stunden Sendezeit ihren Sendebetrieb auf. 1928 Louis Marx beantragt für sein Educational Apparatus genanntes Lernspiel ein Patent in den USA. Als Electric Questioner wird die Erfindung sehr stark in den 1950er Jahren von Kunden nachgefragt. 1952 Die britische Fluggesellschaft BOAC verwendet als erstes Unternehmen ein Düsenverkehrsflugzeug im Linienverkehr. Eine die Hevelin Comete fliegt die Route London-Johannesburg. 1986 In Vancouver wird die Weltausstellung Expo 86 durch Prinz Charles Prinzessin Diana und den kanadischen Premierminister Brian Mulawani eröffnet. 1988 In Frankfurt am Main wird die Ökobank als Teil der aufkeimenden Umweltbewegung im Rahmen der Auseinandersetzung um alternative Ökonomie eröffnet. Wissenschaft und Technik 1800 Anthony Kalleil und William Nicholson gelingt es, Wassermittels elektrischen Stroms in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Diesen Vorgang wird Michael Faraday dementsprechend als Elektrolyse bezeichnen. 1862 Die California State Normal School, heute San Jose State University, wird in Kalifornien gegründet. 1963 Berthold Selliger startet im Wattengebiet von Cuxhaven eine Dreistufenrakete mit einer Gipfelhöhe von über 100 Kilometern. Es ist die einzige im Nachkriegsdeutschland entwickelte Rakete, die bis an den Rand des Weltraums vorstoßen kann. 1969 Die Queen Elisabeth II Das Flaggschiff der Cunard Line bricht zu ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York auf. Kultur 1635 In Paris wird der Jardet Royal des Plains Medizinales der königliche Hellkräutergarten eröffnet. Der Garten ist von den königlichen Leibherzten Ludwigs XIII Jean Herroir und Guy de la Brosse angelegt worden. Fünf Jahre später wird er für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 1750 La Bottega del Café Eine Komödie in drei Akten von Carlo Goldoni hat ihre Uraufführung in Mantua. 1869 Unter dem Namen Folies Trevise öffnet in Paris ein musikalisches Unterhaltungsetablissement. Es entwickelt sich nach den Anfängen als Foliesberger zu einem erotischen Varite-Theater und Kabarett. 1898 1865 Kunstschaffende gründen die Künstlergruppe Berliner Sezession. Sie sind zur Auffassung gelangt, dass die moderne Kunst in bestehenden Organisationen keinen Rückhalt hat und ihre Unterstützung fehlt. 1907 Die Sankt Pölten mit dem steirischen Wallfahrtsort Mariazell Verbindende Mariazeller Bahn wird für den Personenverkehr freigegeben. 1936 Das musikalische Märchen Peter und der Wolf von Sergej Prokofiev wird nach der Rückkehr des Komponisten in die Sowjetunion-Uhr aufgeführt. Angeregt von Natalia S.A.Z. der künstlerischen Leiterin des Moskauer Zentralen Kindertheaters, um Kinder mit den Instrumenten des Sinfonieorchesters vertraut zu machen. 1968 Am 20. Jahrestag der Staatsgründung nimmt H.T. Levisai H.Kalit, der erste allgemeine Fernsehsender in Israel, seinen Sendebetrieb auf. Gesellschaft 1389 Sophie von Bayern heiratet den König von Böhmen Wenzel von Luxemburg. 1816 Leopold von Sachsen-Koburg geht mit Charlotte Augusta von Wallis die Ehe ein. 1874 Karl May wird aus dem Zuchthaus Waldheim entlassen, wo er eine Haftstrafe wegen Landstreicherei verbüßt hat. 1960 Im US-amerikanischen Staatsgefängnis San Quentin wird der zum Tode verurteilte Caru Chessmann hingerichtet. Achtmal war die bereits im Jahr 1952 geplante Urteilsvollstreckung verschoben worden. Der Fall löst eine weltweite Diskussion zur Todesstrafe aus, weil Zweifel zur Täterschaft bestehen bleiben. Religion 1312 In der Bulle et Proveidem von Papst Clemens V. werden die Güter des aufgelösten Templerordens dem Ritterorden vom Hospital Sankt Johannes zu Jerusalem anvertraut. Die Entscheidung gilt jedoch nicht in Portugal, Kastilien, Aragon und Mallorca, deren Regenten zum Schutz der Templer neigen. Der portugiesische Besitz wird schließlich im Jahr 1319 dem bereits gegründeten Christusorden zugewendet. 1890 Kaiser Wilhelm II. etabliert den Evangelischen Kirchenbauverein als Einrichtung zum Schaffen neuer Sakralbauten in Deutschland. Katastrophen 1656 Unachtsamer Umgang mit Holzkohle im Hause eines Bäckers löst den Stadtbrand von Aachen aus bei dem Siebenachtel der Stadt zerstört werden. Aachen wird später als Badekurort wieder aufgebaut. 2008 Der Zyklon Nagis Ein Zyklon der Stufe 4 auf der Sapphire-Simpson-Hurricane-Skala trifft auf die Küste Miamas und setzt seinen Weg ins Landesinnere fort. Dabei fordert er zehntausende Menschenleben. Kleinere Unglücksfälle sind in den Unterartikeln von Katastrophe aufgeführt. Sport 1906 Mit der Schlussfeier enden die Olympischen Zwischenspiele in Athen, die am 22. April begonnen haben. Erfolgreichstes Land bei den Spielen ist Frankreich mit 40 Medaillen erfolgreichster Athlet der Schweizer Sportschütze Louis-Marcel-Richard. Die Spiele werden jedoch vom Internationalen Olympischen Komitee bis heute nicht als Olympische Spiele anerkannt. 1964 Zehn chinesische Bergsteiger setzen im Rahmen einer 195 Personen umfassenden Expedition als erste ihren Fuß auf den Gipfel des Shishipengme, des bis dahin letzten unbestiegenen Achttausenders. 1984 Im DFB-Pokal-Halbfinale 1984 erzielt der FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München ein 6 zu 6 nach Verlängerung. Der entscheidende Schalke-Ausgleich gelingt in der 120 Minute durch Olaf Thun. Das Wiederholungsspiel eine Woche später gewinnt Bayern München mit 3 zu 2 und wird später auch Pokalsieger. 1998 Am vorletzten Spieltag der Saison 1997 98 still sichert sich mit dem 1. FC Kaiserslautern erstmals ein Aufsteiger die Meisterschaft der Fußball-Bundesliga. 2006 Im Fußball in Italien beginnt ein Skandal, als die Sportzeitung La Gazzetta dello Sport telefonische Abhörprotokolle der Turiner Staatsanwaltschaft publiziert. Juventus Turin-Manager Luciano Muggi wird verdächtigt, den Ausgang von Spielen mit Hilfe von Schiedsrichtern manipuliert zu haben. Einträge von Leichtathletik-Weltrekorden befinden sich unter der jeweiligen Disziplin unter Leichtathletik.